Foodbox nennt Christoph Hammel seine Weinlinie mit extrem süffigen Weinen. Die rote Foodbox verführt einen gleich beim Einschenken schon mit Aromen von roten Früchten. Christoph vereint bei diesem Wein die elegante Rebsorte St. Laurent mit dem kraftvollen Dornfelder. Das Ergebnis ist dann ein Potpourri von dunklen Früchten. Dazu kommt eine saftig-samtige Art am Gaumen und ein unwiderstehlicher Charme. Der Wein ist nicht ganz trocken und für mich ist das echtes Easy-Drinking mit Niveau.